Ein antikes Bollwerk zieht sich durch Europa, quer durch Nordengland und Schottland. Ein Luftschiff soll bei der Erforschung helfen. Den Rhein entlang sicherten Kriegsschiffe die Flussgrenzen, an denen blühende Siedlungen entstanden. Südlich von Bonn. Ab hier teilte eine 550 Kilometer lange Barriere Germanien. Die Grenze zwischen dem Römischen Reich und dem Barbaricum de Limes. Wissenschaftler versuchen mit Hightech und Fantasie, das Geheimnis der fast 2000 Jahre alten Sperranlage zu enträtseln. Wozu diente der Grenzfall gegen die Barbaren wirklich? Die Flussgrenzen schließlich auf den der Flussinkel Der schauen sich dann. Da oben, nicht da oben schauen. Die sind hier, wo man das hier sieht. Ist das hier so? Das ist hier eine Einleitung. Aber das ist hier eine Dürre, das war das für eine Stampe. Das kann es für einen Schraub machen, für einen Stampe. Nein, wir haben einen hier einen Zeichen. Es ist ein Schraub. Es ist ein Schraub. Das ist ein Schraub. Das ist ein Schraub. Das ist ein Schraub. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020